Wir haben wieder gezeigt, dass wir zwei Gesichter haben. Heute wieder das gute Gesicht gezeigt. Derby Sieger! Derby Sieger! Hey! Hey! Derby Sieger! 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 Ja! Wir können auch mal wegmachen, konsequenter ausgehen. Ansonsten, sieh zu, dass wir Montag und Mittwoch gut trainieren. Jetzt kommt wieder die Urlaubszeit. Denkt daran, da brauchen wir wieder. Da brauchen wir dann alle. Sowohl im Training als auch bei den Spielen. Schönes Wochenende. Schauen wir uns!